Oh Mann! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von LEGO Jurassic World. Es kann weitergehen mit dem dritten Film. Und hier können wir noch einen Angestellten freischalten für die Jacht. Warum eigentlich nicht? Machen wir das einfach mal. So, das haben wir geschafft. Sehr gut. Okay, dann mal los ins Abenteuer. Aber leider müssen wir in vier Wochen packen. Amanda und ich, wir lieben die freie Natur. Wir waren fast auf jede Abenteuer-Tour, die man überhaupt buchen kann. Ich habe ein Flugzeug gechartert, das uns über Isla Sorna fliegt. Und wir hätten Sie gerne als Führer. Und selbstverständlich möchten wir gerne einen Beitrag zu Ihren Forschungen hier leisten. Wecken Sie mich, wenn wir da sind. Nicht identifiziertes Flugzeug im Anflug auf Isla Sorna. Sie fliegen in einen gesperrten Luftraum. Alan. 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 Ich schätze, die suchen jemanden. Was machen die da? Sie beziehen Posten, aus Sicherheitsgründen. Auf dieser Insel gibt es keine Sicherheit. Wir müssen zurück ins Flugzeug. Würden Sie Ihrer Frau sagen, dass sie mit diesem Krach aufhören soll? Das ist keine gute Idee. Eric. Der dritte Film von Jurassic Park. Sie sollten mal an Ihrer ehelichen Kommunikation arbeiten. An der ehelichen Kommunikation. Genau, wir sind jetzt unterwegs und wir dürfen wieder mit Alan spielen. Den hatten wir ja aus dem ersten Film bereits. Kam im zweiten Film aber gar nicht mehr vor. So. Und dürfen hier mehrere Figuren wieder steuern. Und ich bin gespannt, hier hoffentlich auch, wie sich der dritte Film so entwickeln wird. Hier kommt übrigens direkt mal der Hinweis, falls etwas wieder gefällt, dann lasst doch einen Daumen hoch da. Das würde mich sehr freuen und zeigt mir, dass ihr noch weitere Folgen von Jurassic Park, von Jurassic World haben möchtet. Und vor allem auch weitere Lego Let's Plays. So. Hier machen wir natürlich wie gewohnt alles kaputt, damit wir auch alles finden, was vielleicht nötig ist, um etwas zu bauen. Und da finden wir irgendwie einen Geruch, den wir mit einem Dinosaurier riechen könnten. Und schaut mal, hier sind kleine Raptoren. Ah, Baby-Raptoren. Die uns beißen wollen. Weg mit euch. Pui, pui, pui. So. Na, kommt schon. Die sind jetzt erstmal K.O., oder? Haben wir es jetzt? Alan, mach du mal den Rest. Boah, die halten uns richtig auf, die kleinen Raptoren. Ziemlich fies. So. Hat irgendjemand eine Waffe zum Schießen? Wahrscheinlich nicht. Hey, diese Raptoren, die verfolgen uns die ganze Zeit. Das muss so ein richtiges Nest mit denen sein. Und nach oben schreit Sarah rum. Oder ist es Sarah? Bin mir gerade unsicher. Wir werden es aber gleich herausfinden. So, wie kommen wir da hoch? Da ist da etwas zu bauen? Nee, nicht wirklich. Hey, warum soll ich dann wechseln? Komisch. Egal. Dann passt das ja soweit. Okay, hier ein bisschen was kaputt machen. Und ein DIN. Ah, oh, schon wieder diese Raptoren. Ich gehe gar nicht mehr auf mit denen. Weg mit euch. Oh, was ist das? Oh, schaut mal. Ich habe hier so einen Haken. Wow. So einen Haken haben wir noch nie gehabt im Spiel. Hey, jetzt lasst mich doch mal in Ruhe. Hey, diese Raptoren machen uns einfach platt. Das ist unglaublich. So, Abenteurer wie... Ach so, okay. Ich muss die Figur wechseln. Paul, kann ich? Paul, Alan. Nein. Hallo, ich möchte die Figur. Billy. Nur Billy kann klettern. Ich klettere hier hoch. So, dann schau mal. Hier können wir den Strang kaputt schneiden, wenn Alan hochkommt. Dazu müssen wir ihn aber erstmal in der Brücke bauen. Ja, wir kommen schon. Oder nein, sie suchen ja Eric. Das ist der Sohn von Billy. Und seiner Gattin. Deren Namen ich gerade nicht genau weiß. Ui, 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 ui. Was würdet ihr an dieser Stelle tun? Würdet ihr da oben mit einem Megafon schreien und versuchen, dass die Leute auf euch aufmerksam werden? Oder eher nicht? Oder nicht nur die Leute, sondern auch die ganzen Dinosaurier, die hier leben. Was würdet ihr jetzt tun? Schreibt es mal in die Kommentare. Ihr dürft auch gerne kreativ sein. Ihr könnt auch sagen, ja, ich würde einfach eine Pizza bestellen. Zum Beispiel. So. Dann können die jetzt da rauf mit einem Enter-Haken. Also mit unserem Greif-Haken. Stop. Moment. Entschuldigung, Alan. D-Taste gedrückt halten. Hoch damit. Und Schwung. So. Jetzt können wir da hoch. Und vor allem brauchen wir Alan. So. Ich tausche eh gleich zu Alan. Was ich Paul jetzt erstmal nicht brauche. Und zwar haben wir hier einmal einen kleinen Dino-Haufen. Wo wir Skelette finden. Damit bauen wir anscheinend eine Brücke, wie es aussieht. Okay, das ist praktisch und schön. Können wir da jetzt vorsichtig drüber laufen. Ganz langsam und behutsam. Und hier haben wir was zum Reparieren. Hat irgendjemand die Fähigkeit von uns etwas zu reparieren? Und wenn ja, soll das bitte direkt mal tun. Du vielleicht? Ja. Der Paul kann sowas. Perfekt. Jetzt können wir an der Kurbel ziehen. Oder drehen, besser gesagt. Und, oh ja, das ist cool. Eine Plattform. Und hier müssen wir jetzt klettern. Dazu brauchen wir aber unseren guten Freund. Ah, ne, müssen wir gar nicht. Können wir jetzt einfach hier rüber. So. Das wird jetzt zerschnitten. Eine Fahne. Ein Fähnchen weht im Wind. Da ist sie ja. Wir müssen sie aufhalten. Die schreit hier die ganze Zeit rum. Die will doch nur die ganzen Dinosaurier auf sich. Oh nein. Entschuldigung. Oh nein, warum springt die jetzt alle da runter? Egal, ich brauche sowieso nur Paul, um da jetzt rüber zu kommen. So. Schön. Mit Anlauf. Genau. Und rüber. Schatz. Dr. Grant sagt, dass das keine gute Idee ist. Was? Er sagt, dass das keine gute Idee ist. Was ist keine gute Idee? Okay. Oh. Habt ihr das gehört? Was war das? Dinosaurier? Aber jetzt wissen wir immer in ihren Namen. Sie heißt Amanda. Sie heißt Amanda. Dann haben wir hier noch einen Kasten. Dann müssen wir auch mal was zerschneiden. Und? Kam da irgendwas Sinnvolles raus? Nicht wirklich. Dann verschieben wir das Ganze mal. Ey. Ähm. Paul, kannst du vielleicht zur Seite gehen? Paul? Paul? Nein! Paul! Toll. Toll. Jetzt steckt er da fest. Oh, da kann ich ohne weibliche Unterstützung nicht hoch. Wir müssen wieder zurück ins Flugzeug. Und was ist mit dem anderen? Cooper ist ein Profi. Der schafft es schon allein. Nein! Das ist Puppe. Wer hat das Satellitentelefon? Ich. Sekunde. Oh, Mann. Na, dann muss ich schnell weg. Was ist das denn jetzt für ein Dinosaurier? Das sieht ja noch gefährlicher aus als die T-Rex aus der letzten Folge. Richtig aggressiv. Oh, schnell weg. Willi und Erlin. Wo sind... Wo sind die anderen? Wo sind Amanda und Paul? Schnell weg, schnell weg. Sie sind wahrscheinlich einen anderen Weg gelaufen, oder? Auf jeden Fall müssen wir jetzt schnell wegrennen. Es wird jetzt in die Hose gehen. Oh, Gott. Dieser Dino muss richtig mächtig sein. Was ist denn das jetzt für ein Dino? Oh, da kommt noch mehr. Hey, Entschuldigung. Oh, ihr seid nicht hier auf unserer Bahn. Was soll denn das? Oh nein, schnell weg, schnell weg. Nein, wow. Die sind auch aggressiv. Und die haben einfach nur Angst. Und die überrumpeln uns versehen. Oh nein, da kommt es wieder. Da kommt es wieder. Schnell weg, schnell weg. Wow. Nein, lass uns mal gucken. Nein. Willi, rennen. Du auch, Erlin. Schnell. Vielleicht geschafft, hoffentlich. Wir wissen das noch nicht. Der ist einfach nicht locker. Wie aggressiv der Gute. Wow. Der dritte Film von Jurassic Park. Fängt da schon mal richtig rasant an. Jetzt erwarte ich eine Erklärung, Mr. Kirby. Ja, reicht doch, Bärli. Ziemlich gefährlich. Die Isla Zorna. Oh weia, oh weia. Meine Lieben, es wird auf jeden Fall richtig spannend in diesem Film. Und ich bin gespannt, was wir noch alles erleben werden. Seht mal da hinten. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zusehen. Rechts oben kommt ihr zur nächsten Folge von Lego Jurassic Park. Und rechts oben gibt es einen Videovorschlag. Einfach draufklicken und ihr gelangt zu den Videos. Ansonsten nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Das macht ihr, indem ihr links auf das Katzen-Symbol klickt, wo der rote Pfeil zeigt. Und dann auf die Glocke. Also, bis zum nächsten Mal. Miao! Miao! Bis zum nächsten Mal.